so und jetzt ruhe vom bush zu bush die leeren sehr gut die leeren ok turnier gewonnen sehr schöne sache gegen wen im finale was ist das chat die heftig haben nämlich gejagt wie war gegen okay wie war kein aqua gegen cruises team immer wieder mit seinem auto rand lang brettert die sports geht es um 500 euro jetzt für die community dann der gewinner krieg von beiden 250 euro die wird dann an die community gehen also die dürfen sich was ausrufen paar leute ich habe noch kein gegner gesehen die ganze runde nicht muss nicht einmal wegrennen habt ihr schon welche gesehen ich wurde gejagt also ich darf jetzt nicht mit dem ding ablocken nein das ding ist doch zum ab also willi wieder mutter ist der beste egal ich bin ganz zeit gut ich sag auch hat die die 1 gehabt dann wäre es so gewesen ich habe eins gehabt doch sei man dicker dann will ich doch nicht dann nimmst mir doch scheißegal aber ich habe vorher nicht mal gewusst dass wir das nehmen durften von daher ist mir das wumper aber ich hätte das gesagt nein weiß was damit der schätze frieden ist und die sich mal entspannen dann benutzt es doch so lange erraten können krachen ja vor mir sind gegner vor mir sind gegner die ersten gegner dies her er ist aber alleine kurz mal abwirten nur kurz abwirten nur kurz abwirten schlau im leben sein gute posi schlau im leben ach du scheiße willi hat stress ich höre das an seinem controller wir glatt es ver ist am start ist Ja, 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 Spass. Was wird das hier? Digga, er ist schon in der Zone drin. Chill, 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 bitte. Hier rein? Digga, wir haben einen Busch frei, wir haben eine Busch freie Endzone. Ich hab einen Busch. Niemals. Ihr dürft nicht zu mir, ihr dürft nicht zu mir. Ihr dürft nicht zu mir kommen. Halt die Schnauze! Ja, was? Halt die Schnauze! Du erinnerst schon so die Regel! Man darf nicht zu den anderen hin! Der Barney! Verpiss dich! Verpiss dich, Digga! Ich bin leider ein bisschen der Zauberling. Der Barney! Ob Willis wieder mute? Ich kann... Will ich zu einem kommen! Ja, man darf nicht zu einem. Also, man kann nicht... Hey, ich bin aufsteckt! Nein! Ich bin aufsteckt! Ich bin aufsteckt! Ich kann das nicht! Ich kann das nicht! Ich bin aufsteckt! 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 Schade, Bro! Ich bin aufsteckt! Ich bin aufsteckt! Ich bin aufsteckt! Ich bin aufsteckt! Okay! Mach ihn weg! Okay, Nummer eins! Willi hat gewonnen. Willi wird gewinnen. Außer die sehen ihn. Sehen die ihn? Bitte fick den. Bitte fick den. Fick den. Was ist das? Ja! Ey darf ich Waffen nehmen und die töten? Ich hab eh gewonnen oder? Ja, Katie, nimm mal Waffen um Katie. Nimm mal Waffen um Katie. Nein. Katie doch mal. Nimm doch mal Waffen um Katie jetzt. Wichtig! Boah, Digga, ich hab einen aufgespielt. Ich bin auf den Baum gegangen. Ja, ich hab's gesehen. Ich wollte den Baum erst umfahren. Ich wollte auch auf den Baum, Digga. Bei mir hat's nicht funktioniert. Ich wollte wirklich den Baum umfahren. Allermein. Wichtig! Alter! Jetzt hat jeder einen, ne? Ja. Fortnite schießen. Alter! Okay. Ich mach jetzt Flangen erraten, ja? Alter, ich hab noch nie so viel Stress in meinem Leben, ne? Geistesgestört. Okay. Wie machen wir das aber? Alter! Ich mach so einen Count da rein. Was machen wir? Flangen erraten. Das große Flangen kriegst. Kannst du alle 50 Flangen erraten. Gäste Flag 2 Medium, Gäste Flag 3 Hard. Hard, wenn dann. Hard? Aber da soll ein anderer in das Bindchen reinkommen? Ein Mod muss das streamen. Ja, weil sonst hast du... Ich geh ganz kurz auf den Bloch. Okay. Alter, wie viel Stress kann man haben? Flaggen erraten, Chat. Jetzt wird's krachen. Ja, okay. Dann machen wir Hard. Hard? Hard kenn ich vielleicht das Video sogar. Das hab ich letztens gesehen. Ja. Das ist jetzt hin. Boah, Digga. Also wenn da jetzt in Portugal kommt, das checken wir. Das muss schon hart sein. Macht mit Buzzer. Stimmt, wir können mit Buzzer machen. Wer dann falsch hat, kriegt Dings Minus. Warte kurz, Hetsch. Wer dann falsch hat, kriegt Dings Minus. Wenn man falsch macht und buzzert, dann kriegt man Minus. Boah, okay. Ja, okay, dann mach ich jetzt. Dann mach ich Buzzer. Wenn man buzzert und feilt, dann Minus. Miese Krise. Oder? Ja. Alter Junge. Es gibt so eine Seite mit Flaggen und dann kann man in 10 Minuten so viele machen, wie man kann. Aber ich glaube, wenn wir das machen, so mit auf die Schnelle, so wer schneller drauf kommt, ist auch lustig. Ja, dann mach ich das jetzt hier. Um was geht's? Ich war gar nicht da. Wir machen Flangerrat ein 10 Minuten Video. Okay. Und mit einem anderen Mod, äh... Ich mach jetzt Hard, ja? Gäste Flag 3 Hard. Ja. Ich mach einfach mit Buzzer. Ich mach diesen Buzzer. Okay. Ich weiß noch nicht mehr, wie die Seite hieß. Buzzer Dieter? Ich hab's, ich hab's. Ich hab's. Okay, dürfte es nicht liegen. Create a game, bla bla bla. Wie, create a game. Wie? Hä? Zu schwer für euch, 100%. Ja, aber wenn wir da, wenn es zu einfach ist, dann ist ja auch scheiße. Ja, ich, ich drück auf Create und dann ist hier voll komisch. Premium Key, Free Tier. Egal, wir probieren's mal. Ähm... So. So. Das dürfte jetzt hier nicht liegen. Mhm. Privater Chat. Alle haben einmal gewonnen, Chat, bis jetzt. Du schreibst mir einfach grad mit Zahre rein. Den Code. Ja, warte. Und das müsst ihr... Ach, Digger. Ja, nochmal neu. Leakrate. Hast du geliegt? Nein. Nein, ob du geliebt hast. Nee, ich muss hier erstmal... Einfügen. Da, auf den Link... Mach dir jetzt... Die Zahlen. Hä? Das macht aber keinen Sinn. Use Key? Endgame. Haben die das geändert, Bro? Heli, du kannst nicht buzzern, wenn du die Lobby machst. Dann kannst du nicht buzzern selber. Ja, okay. Dann müsst ihr die machen. Ja, ich mach... Ich mach die auch schon. Äh... Setz sie zurück immer. Okay. Dann brauch ich die Zahl von dir weiter. Entschuldigung. Wird deine Flagge angezeigt? Wir müssen buzzern? Mit Link. Mit Link? Ja, okay. Warst du? Ja, Willi war wieder. Kriegt er wieder. So. Cello. Willi da draufdrücken und dann da... Name und Twitter bringen. Siehst du da... Das ist anders als Eli sein Link. Deswegen. Ja, bei ihm ist der... Great Link. Mhm. Hast du Harry Potter geschaut wegen Chris? Erste bis vierte. Okay, Chat. Wir haben jetzt so'n Buzzer. Wir sehen, wer zuerst... Eigentlich nicht nicht. Wer zuerst gebuzzert hat. Und derjenige, der muss wirklich... Der hat... Du musst da schiedlicher sein, Manon. Der hat zwei Sekunden Zeit zu antworten. Und wo ist das Video? Ähm... Ich muss die Übertragung anmachen, ne? Mhm. Und du musst dann auch stoppen? Ich stopp nicht, ne. Aber wenn gebuzzert ist? Ja. Eli, du musst auch Bildschirmvertragung für die Anmachung wegen Links. Ja, ja, mach ich. Aber wo buzzer ich aufm linken Monitor dann? Auf den oberen! Mach den einfach woanders hin! Oder ich mach Bildschirmvertragung an wegen Streamverzögerung im Discord. Dann... Das können wir auch machen. Dann mach dir alles gleich. Ja. Ja, dann mach so. Welches Video ist das? Warte... Kopieren... Yes, 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 yes. E-Mode-only rein, ne? E-Mode-only rein. Ja, warte mal, dann sehen wir es ja, dann müssen wir ja hier wieder Klassiker bei Discord machen. Wie Klassiker? Ne, wir können einfach... Ich muss mir den Stream von ihnen angucken. Ja, den Stream anschauen, aber deine Cam und so ist ja alles gleich. Ja, okay. Ja, okay. Stream an, Malo. Live. Stream anschauen, wirkt einfach mal so. Ja, okay. Ob das für euch gut ist? Also erkennt man das? Ja, ja, bei mir läuft es super. Ja, bei mir auch. Mir, mir auch. Okay. Flagen erraten. Also wenn wir drauf, Flagen erraten, ja? Warte, ich muss mal den Punktestand einstellen. Und Malon, du musst auf dem Schirm haben, wenn jemand auf den Wasser haut, ja? Ja, ja, ja. Ja, ihr seht's ja. Ja, ja. Und wenn einer reinruft und es falsch war, dann dürfen die anderen nachsagen. Ja, ja. Und derjenige verliert einen Punkt. Okay. Okay, aber er muss ja dann Stop drücken, deswegen. Ja, ja, ja. Fortnite, länger überleben. Ohat. Alle haben bis jetzt einen Punkt. Ohat. Okay. Ab. Ab, ab, ab. Okay. Seid ihr ready? Ja. Ja. Es ist ein Methoden, das Video, machen wir Methoden, sonst so langsam. Kannst du ein bisschen lauter machen? Lauter? 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 Noch lauter? Ja. Ist ja auch kaum was. Noch mehr. Mach mal. Dann höre ich euch kaum. Okay, mit Buzzer da oben, ja? Ihr könnt meinen Stream unten rechts auch laufen. Ja, 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 das geht. Ihr könnt den unten rechts auch laufen. Ja, 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 okay. Okay, okay, lass es knacken. Boah, das wird schwer. Ich bin aber gar nicht so schlecht im Flanken. Real talk. Ab. Oha, ist ja gar nicht so. Ehrlich, ehrlich. Drei. Uganda. Doch. Ja, ist ja. Okay. Woher weißt du das? Weil ich die Flanken kenne. 1-0, Geno. Flaggen bin ich nicht geknackt, Chat. Soll ich es einfach durchlaufen lassen? Ja, lass durchlaufen, ich will eh keiner Buzzer mit ihm. Ja, auch so, wenn er. Okay. Wenn er runterzieht, darf man nicht mehr Buzzer und so. 1-0, Motz, ich muss mitziehen. Boah, sei chillen, Digga. Oh mein Gott. Drei. Mosambik? Ich hätte gesagt, demokratische Republik. Kongo? Das kann Kongo sein, ja. Stabile Mulatto, ja. Ah, ich habe Full Cam. Das ist Kongo. Ist das Kongo? Ja. Fucking Macher. Fucking Macher. 2-0. Hab. Ja, Eli? Armenien. Migitarian, ich kenne doch mein Bro. 3-0. Roat, kracht es bei dir? Ich kann keine Flaggen, ich habe schon vorher gesagt, ich kenne keine Flaggen. Ja, du kannst keine Flaggen. Ich kenne keine. Willi? Ich weiß, das glaube ich auch. Willi? Mhm. Ja, Willi? Wie sieht es aus? Ähm, Iran. Afghanistan? Nee, ich hätte Pakistan, hätte ich gesagt. Ist auch richtig. Ich habe irgendwas gesagt, Digga. Nein. Moment, warte, warte, wer zieht die Punkte mit? Mot, 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 Mot. Jello? Ähm, Aserbaidschan. Ach, Digga. Also, ich habe jetzt 2, ne? Ich habe 2, weil ich einen Minuspunkt bekomme. Genau. Okay. Du hättest dich aber auch enthalten können, ne? Ah, ja, man kann sich enthalten. Wenn das jetzt falsch ist, musst du es sagen. Ah, nein, nein, du musst es sagen. Wenn du gebuzzert hast. Ach so. Okay, also wenn man gebuzzert... Ab. Ja, Eli? Andorra. Du musst stoppen. Mann. Ich habe jetzt 3, ne? Dann weiß ich nicht, ja. Stopp, stopp. Drück mal Stopp kurz. Ja, jetzt hast du 3. Und du hast minus 1? Ach so. Ja, du hast minus 1. Ach so, ja, okay. Minus 1 oder habe ich jetzt 4? Nee, du hast 3 dann. Ich habe minus. Aber Andorra ist richtig, also 4. Ja, nee, 3. Du hast davor 2. Ich habe 3. Nee, Aserbaidschan war, glaube ich, der dritte. Und jetzt Andorra ist der vierte Punkt, so. Okay. Warte, warte, lass mal kurz. Du hast 4, also ist okay. Ich hatte Kongo richtig, ich hatte Armenien richtig, ich hatte Andorra richtig, ich hatte Äh... Aserbaidschan? Aserbaidschan hatte ich richtig. Aber du hattest irgendwas, wir hatten nie gearfalt, glaube ich. Ja, hatte ich 5 oder 4 bis jetzt richtig. Mach 4. Also, ich hatte... Ja, okay, passt. Was sagen denn die Mods? Einer schreibt 4, anderer schreibt 3. Ja, aber mir schreibt auch einer 4. Ich habe... Okay, komm, mach einfach weiter. Also, ich habe 3, Willi minus 1, Wort 0. Ich kenne keine bis jetzt. Ich kenne aber, ich habe Angst zu buzzern, weil ich eh schon noch mal... Ja... Willi... Willi... In Ghana? Ja. Das ist richtig. Jetzt bist du bei 0 sozusagen, oder was? Paraguay. Steht doch da an der... Aber Rott, jetzt mal ehrlich. Ich kenne keine Flaggen. Ich kenne keine Flaggen. Ich kann das nicht. Ja, es steht doch da drin. Ich habe es nicht gesehen, weil es zu weit weg ist. Willi? Ach, es ist nicht mal da. Es ist... Es ist... Es ist Kuweit? Digga, dann wäre ich ein Macher. Willi? Willst du dich enthalten, oder? Ja, aber ich bin ja erst... Ich bin ja erst dran, wenn es nicht stimmt. Ja, ja. Also, es macht ja keinen Sinn. Aber du musst dann... Ja, aber warum können wir jetzt wissen, dass es falsch ist, so? Ja, vielleicht kennst du die Flagge. Na, nee. Dann guck mal nach. Weil ich kann... Wenn ich jetzt was sage, kriege ich ja automatisch einen Minuspunkt, selbst wenn Eli sein stimmt. Aber du hast gebuzzert. Nein, 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 nein. Das stimmt nicht. Nur wenn meins nicht stimmt. Ja, genau. Und deswegen müssen wir ja jetzt wissen, ob es richtig oder falsch ist. Eli, was hast du gesagt? Ich habe Kuweit gesagt. Ich weiß nicht. Ich glaube, ob es aber falsch ist. Nee, es ist falsch. Dann sag, Willi. Ist falsch? Ja. Ähm... Malaysia. Ich kenn das, Digga. Ich auch. Von Formel 1. Ja. Ich sag, tilt it. Herein. Ach du Scheiße. Boah. Ich muss es wissen. Formel 1 ist so schlecht. Also, Stundenpunkte stand 3, minus 1, 0. Okay. Bros, Gigi. Danke für den Rate. Warte. Äh... Ich weiß es. Ich wusste es auf jeden Fall machen. Ja. Wer die macht? Willi? Mosambik. Minus Punkt. Minus Punkt für Willi. Vorbei. Ich brauch gar nicht hingucken, Jungs. Nein, das ist schwer. Boah, Zimbabwe. Boah, Zimbabwe. Hä, Willi? Ach so, ja. Ist es das? Oh, hab ich überlegt, ob ich... Okay, ich darf nicht sagen. Ich hätte einen Call. Ecuador? Ist es nicht Kolumbien? Ecuador kann sein. Na gut. Punkt für Willi. Willi, minus 1. Eli hat er gebuzzert, ja. Eli hat er gebuzzert. Äh, es ist, ähm, Andorra. Hat er Andorra nicht schon? Was hast du gesagt, Willi? Ne, ich hab nur gesagt, ob ich schon hatte. Ich hab er nicht gebuzzert. Ja, Moldawien. Moldawien. Also falsch, scheiße. Aber für mich hat er eigentlich auch gebuzzert, ne? Ich hab nicht gebuzzert. Nein, 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 hat er nicht. Ich hab nicht gebuzzert. Okay, 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 okay. Ne, weiß ich nicht. Aber Minus Punkt für Zellung. Ja, minus 2. Bei mir sauber. Ganz kurz, meine Mods sind lost. Kurz mal stop. Minus 2, Minus 1. Ja, aber meine Mods... Äh, 2, Minus 1. Ich, ich, ich hab nicht Minus 2. Ich bin 2 im Plus. Ja, ich hab 2, ich Minus 1. Ja, aber meine Mods schreiben, ich bin Minus 2. Ist nur Strich. Ah, okay, gut. Ich hab 2 Plus, okay. Mach. Weiter geht's. Ich kenn das aber, ich hab Angst. Dieser Minuspunkt ist halt, der wird... Ihr müsst machen, ihr müsst 3 aufholen. Ich meinst nur, wenn ich safe heiße. Ich glaube, ich weiß es. Äh... Ja, gut zu Zellung, gut zu Zellung. Minus Punkt, Willi. Ja. Illigra, 3 vorne. Illigra, Savage, Alter. Ich bin 5 lang vorne, Chad. Also ich mach jetzt hier einen ganz entspannenden. Willi. Iran. Ja, ich geh jetzt mal wieder hin. Minus 3. Minus 3. Oh, schön, dass du hier bist. Ich mach nur Wärts, weil ich's weiß. Ja, Jungs. Was soll ich dir sagen? Bearbeitest. Da war ich sogar, Dicke. Angola. Yes. Hab ich auch gewusst. Da kracht's, da kracht's bei mir. Da kracht's natürlich. Wir machen gleich Startlamfluss. Ist Broski hier im Chat? Kennt er die Seite, die wir damals gespielt haben? Das ist eigentlich die Seite. Das müsste die sein. Du musst dich halt da irgendwie anmelden, glaub ich. Hab ein bisschen Angst, aber ich hab mich damals ja auch nicht angemeldet. Ich hab mich sehr bekannt vor. Ich glaub ich weiß es, aber ich muss nicht. Ja, Willi muss. Willi? Goodbye. Ich find's gut, dass du Stopp drückst und dann überlegst. Ich hab doch was gesagt. Was hast du gesagt? Du war falsch. Also. Minuspunkt will ich? Minus vier. Ja, ich mach jetzt hier ganz entspannt. Bei mir ist es minus zwei. Bei mir ist man hier ein ganz entspannt. Hast du Dubai gesagt? Nein. Ja, ja, Dubai gesagt. Aber ich weinte das nicht als Stadt, weil ich da einen Satz ableiten wollte. Digga, ich war zweimal in Dubai. Glaubst du, ich denk, dass Dubai ein Land ist? Behindert. Ja, Schweiz. Boah. Ja, ich wusste ich. Ich wusste schon über den Punkt hier ab, Chad. Ey, die Geno holste ich den Punkt hier ab. Ich hab, ich setz noch nicht eine Flagge, wusste ich. Äh? Kann das nicht. Ach, Digga. Ja, die sind doch nicht so. Das ist schon, das ist level hart, ne? Das ist level hart. Oh Mann. Oh Mann. Ah, weiter. Kip. Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab. Einmal an. Das ist geil, krass. Hallo? Malaysia, oder? Ich glaube nicht. Ne? Liberia. Minuspunkt. Guck mal, da will ich, da will ich einmal zocken. Das wusste ich mal. Das macht das krass. Ich trau mich nicht. Das trau mich auch nicht. Zweite, ich hab vor Ort heute das Ding hier mit null Punkten. Burkina fast. Ich werd keine Scheiße hier machen. Ach du, dann mach's runterlaufen, die Scheiße. Wie viele Punkte hat, wie viele Punkte hat Elie Jello? Ich hab zwei, 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 zwei. Mann, Digga. Wie spät ist, wort? Lichten, schau. Oh, was ist das? Wie viele sind noch? Wie viele sind noch? Zähl mal. Digga, es ist nicht mal so. Werner, Rino, danke dir für deine 10 Gifted, mein Bro. Ich küss dein Herz. Danke, danke für 10 Gifted. Herz in den Chat. Das ist Dabu, dieser Unkommalier. Mann. Ich hab's auch schon gesehen. Neee, ich weiß es wirklich nicht. Ah, das war das Ding, der Kuwait. Das war das, was ich will euch mal sagen. Alter, warte mal. Mein Gott, ich kenn's auch. Ich, 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 ich mach nicht mehr, ich mach nicht mehr, bis ich das tue, 110 Prozent. Afghanistan, ich wusste es, hab ich jetzt Angst. Ja, lass laufen. Ich hab, ich hab. Unipin? Digga, wenn er das Ding hier holt, ne? Kotzig im Strahl. Oh, wichtig, Digga. Minus Buzzer, Minus Buzzer, Minus Buzzer, Minus Buzzer, okay, schön. Neee, wieder den Buzzer, schön, Minus Buzzer, okay. Minus Buzzer, so, das ist jetzt, jetzt, die müssten, die müssten drei Punkte. Halaus! Mann, Bro, die Flagge hab ich schon dreimal hier gesehen, Digga. Ja, ich hab auch. Ja, Digga. Hey. Ja, Digga, 10er, wenn's nicht. Dreimal da gewesen, natürlich. Aber immer als Gast. Hier, Rot, Grün und was? Meine Dieben. Was? Oh, 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 oh. Boah, nicht mal irgendwas. Hütte Towers. Ethiopia, oh. Mann. Sireen! Oh, Alekko. Digga, ich kenn keine einzige Flagge, Digga, ich raste aus, Mann, was ist denn das? Ah, ah! Wer war? Das ist... Costa Rica, Costa Rica. Alter, Digga. Das ist wir alle nur wegen Labas, Digga. Dann alles Türkmenistan. Und dann kommt Costa Rica. 0.3 Ja, keine Ahnung, Digga, Schwanz. Hab ich auch noch gesehen. Ach, Digga. Mein Merk. Fatal, Bolivien. Ja, ist glaube ich. Oder? Ja, irgend sowas geht in die Richtung, Bruder. Ich glaube, falsch. Litauen. Bitte. Lissi, danke, danke für den Prime. Mann, Digga, das sieht aus wie mein Gmail-Postfach, Digga. Ein Tag. Nur Muna. Ich bin scheiße bei sowas, lass los. Ja. Tahiti. Macht legal. Fünf Rohr. Fünf Rohr. Okay, und Jelo vor Augen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ist das scheiße, Digga. Ha! Flangraten! Ha! Willi minus fünf Rohr hat, minus zwei, Jelo drei. Tricks Game, Digga, sag ich. Und da ist die zwei, und die nehm ich mit. Ja, war voll geil, Dig. Flangraten. Flangraten, Digga, haben wir noch gar nicht gesehen. Flangraten. Ich find aber, ich würd sagen, wir können auch Mittel machen. Was sagt ihr? Willst du auch Mittel? Ja. Ne, 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 lass mal bitte. Oder wir machen einfach, dann gehts darum, wer schneller buzzert. Ne, lass mal diese Filme, bitte. Spannend. Ne, aber es ist auch schwierig dann mit den Punkten. Ja, ja. Warum zwei, oh. Okay, wenn wir schon mal hier sind. Also, ich bin jetzt für Fragen, und dann halt, schreib mal Broski währenddessen wegen, ähm, Digga. Ja, wir haben 20 Fragen, jetzt. Okay. Okay. Ein bisschen wenig, oder? Okay, okay, dann lass mal die Camer machen, bei dem Fragen werde ich nämlich rasieren, Idioten. Ja, sag nicht einfach. Ihr könnt auch noch mal... Was stand im Raum? Hab we slept? Ja. Warum? Du machst sofort mein Stream an, Robert. Sofort. Warum? 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 Ehh, irgendwas mit MOB. Nein! Nein, Mama, nein! Was ist das? Noch, viermal ist das mit MOB, guck's mir an! Lass dir jetzt viel mitgucken! Was ist das? Warte, ähh... Ton an? Nein, nein, Bruder, hör mir auf, Abu, hör mir, Bruder. Guck sie sich an. Er war in seinem Mund drin, ey, Bruder, er hat seine Seele geküsst. Abu, wir wussten es schon immer. Ich wusste es schon immer, Digga. Boah, Dig, ey, Bruder, bitte, ich lege auf. Digga, was? Okay, was machen wir jetzt? Standardfluss und es wird krachen. Stattlandfluss. Müssen wir irgendwo in-game rein oder so? Nein, nee, der macht einfach nichts. Oder? Wie war das nochmal? Doch, man muss irgendwo rein, warte. Ich wach gerade. Müssen wir irgendwo in-game rein oder so? Herr Boom, hör ich euch, stop it! Ja, Herr, what? Wegen dem Stream waren die Idioten, den ihr offen habt. Hä? Idioten? Ihr habt den Livestream in Dings an, in Discord. Warte, stopp mal. Ah, ja, ja, ja. Nee, du bist voll krass. Soll ich euch einladen, jetzt? Ich komm mal hier rein, Eli. Hier rein, Kumpel. Wo einladen? Wohin? Geht bei diesen Link rein. Und nicht zeigen im Stream. Alter. Digga, was ich da gerade gesehen hab vom Ridenbike. Wo? Welchen Link, Willi? Was für'n Link? Du schickst keine Links rein. Bei Privatjet! Da ist kein Link. Da ist kein Link. Jetzt ist da ein Link. Jetzt, jetzt, ja. Fantastische Palme. Digga, Mardol, hör doch auf, die ganze Zeit was rein zu filmen! Bin drin. Ja, das ist richtig, das ist richtig. Ja, okay. Man darf nicht zeigen, ne, den Link? Nee, nicht zeigen den Link. Boah, ich krieg's nicht. Ja, aber nur nicht wechseln, weil da oben steht, ist der Link zum Beitreten. Ja, noch nicht wechseln. Ja, ja, ja. Okay, dann starte. Starte. Ja, aber soll ich nicht Kategorien machen? Ja, was sollen wir für Kategorien machen? Ja, ich mach mal die Basics. Start. Name. Lass lustige Sachen machen. Ja, aber wir können ja... Lame ist langweilig. Lame ist langweilig. Mach Stadt. Land. Land. Ja. Mach mal Marke. Gibt's das hier? Da mach ich eine. Porno-Darsteller? Also nur Typen? Wir können Promi machen. Promi, hatten wir. Mhm. Streamer? Oder... Streamer ist und... Das ist undankbar, Digga. Ich glaub schon Streamer. Streamer-Striks-Youtuber? Ja, Streamer-Striks-Youtuber. Ist ja egal. Ne, Flaggenraten war ich gut. Streamer-Striks-Youtuber? Ähm... Weedsorte? Ähm... Tiere, Tier, Tier. Was, wenn man den Namen falsch schreibt? Nicht schlimm, oder? Doch, muss richtig sein. Weil am Ende gibt es Punkte dafür. Man muss den Namen richtig schreiben. Außer, Schimpfwetter? Wenn ich jetzt Arnautowitsch oder sowas falsch schreibe. Warum? Ja, ich würde sagen, wenn man das Wort falsch schreibt, dann zählt es nicht, würde ich sagen. Auch bei Namen? Scheidungsgrund? Es gibt ja nicht mal Namen. Das ist doch sowas lustig. Ah, was ist? Annal, wollte anal. Nein. Nein, dann wieder, dann lass uns Fluss. Nee, dann mach anal, dann mach Scheidungsgrund, wollte anal. Ist nicht mal richtig, wollte. Ja, dann sagt Anal-Klack benutzen. Scheidungsgrund anal. Scheidungsgrund anal. Ja, Analsex. Nee, Digga, das ist ja geistkrank. Sollen wir die drei lassen? Äh, die sechs. Ja. Dann starte ich. Okay. Da kennst du Grund, da kann man alles. Starte und wir müssen dann switchen. Warte, das ist ein bisschen low, finde ich. Ein Stadt, Land, Marke, Promi, YouTuber, Streamer, Fußballer. Lass du noch, mach mal Tier, für das man ein bisschen was überlegen muss. Amateur Marke, wer Marke generell? Hm. Serie, Serie, Film-Serie? Ja, auch ein guter Call. Serie? Film-Serie. I'm all only, ja, safe. Ja, natürlich. Nee, lass das irgendwie auch nicht noch machen. Ich werd, das werd, das wird ein nacktes Blatt. Games? Games ist gut? Games? Wollen wir Promi rausnehmen und Streamer, YouTuber drin lassen? Oder Promi drin und Streamer, weil das schneidet sich vielleicht irgendwann. Sagst du, äh, das, sagst du, dass Leonardo DiCaprio sich schneidet mit YouTuber-Streamer? Nee, aber einer sagt dann, ja. Ja, doch. Nee. Ja, okay. Nein. Aber man darf nicht beides reinmachen. Okay. Anmachspruch steht hier. Fußballer darf man auch nicht Promi nehmen, ja. Es muss ein anderer Name sein. Also, zählt als Promi-Namer und als Fußballer Messi. Zählt, dann macht Promi raus. Nee, ich bin Fußballer. Dann macht Promi raus. Macht Promi raus. Das ist aber nicht Ed. Superkraft? Nein. Ja, da kommt sowas wie Anal, keine Ahnung was. Ja, sowas bei Vini-Dinger. Oder vielleicht bei Roat so Game of, also bei Edi Game of the Year und bei Roat Weedraucher. Smoker of the Year. Sexstellung. Hm. No, dem man keinen Kick geben soll. Wir können ja drei Runden machen und gucken Best of Three und dann immer mal gucken, was wir noch für Kategorien machen. Okay, dann. Also, was soll ich rausmachen? Promi. Mach Promi raus. Wir können ja, überlegt jetzt schon mal Mods, aber Digga, Sexstellung. Ja, haha. So, weiß ich nicht. D beschreiben wahrscheinlich wenig Doggy, oder? Es gibt nicht, also Textstellung ist Quatsch. Okay, mach Emot Orny. Emot Orny. Äh, ich starte mal das Game. Starte mal und dann können wir Game switchen. Digga, ich krieg so eine fette Werbung hier in die Mitte reingeprettert. Digga, wie krieg ich die Werbung hier weg? Krieg's die, glaub ich nicht. Krieg man, da ist es bei dir auch mittendrin? Ja. Wer zuerst fertig ist, ne? Falsch schreiben ist Fehler. Fußballer, Nachname? Ja. So ein Blackout. Und dann, wenn ich die Werbung hier in die Mitte reingeprettert habe. Oh mein Gott. Mainz, München, Malheim. Ja, wir müssen jetzt abstimmen. Wir müssen abstimmen. Passt alles? Passt alles? So, warte mal. Stadt, München, Land, Moldawien, Malediven, Mazedonien. Ist alles richtig geschrieben? Wir müssen richtig schreiben, ne? Ja, also ich würde es jetzt einfach so sagen. Moldawien wird das mit W oder V geschrieben? Ich glaube mit W. Ich glaube auch. Mazedonien. Ich habe keine Ahnung. Ist da ein I zwischen? Bei mir schreibt Mords mit V. Moldawien. Moldawien mit V? Weiß ich nicht. Als wenn wir jetzt so krass darauf achten. Ich würde es einfach durchgehen lassen, Digga. Welcher deiner Mords war es? Ja, Elia lost. Elia, entschuldige dich. Entschuldige dich. Moldawien mit W. Nein, sonst wird es am Ende, es ist wichtig, dass man es richtig schreibt, weil sonst wird es am Ende Überschneidungen geben und am Ende können fünf Punkte entscheiden. Weißt du? Ja. Es muss schon richtig sein, sonst könnte man noch irgendwas hinschreiben und dann war es falsch geschrieben und man soll einen Minuspunkt dafür bekommen. Rohr hat es falsch geschrieben. Mazedonien. Fehler. Tippfehler, Digga. Ja, dann warte drauf. Okay. Will ich mal Mazedonien runter da? Mhm. Mercedes, Motorola. Aber Mazedonien direkt komplett falsch dann. Ja. Alter. Du hast doch gesagt, du fixt uns ins Stadtanfluss. Ja, war ein Tippfehler, was wollte ich dir sagen. Motorola mit Doppel-L gibt es nicht. Sicher? Motorola war damals doch eine Handymarke, wenn ich nicht konnte. Es steht hier, dass es nicht gibt. Motorola Mobility mit einem L. Ja, mit einem L. L. Ja, ist doch nicht schlimm. Juckt nicht. Ja, doch. Juckt schon. Nee, eigentlich nicht. Mach runter da. Okay. Nee, warte mal. YouTuber. Du musst runter machen bei Motorola. Rohr hat. Wie? Achso, diese... Ah, okay, das hier. Ich hab das noch nie gemacht, Digga. YouTuber Monte Marcel Scorpion. Ich glaub eigentlich Scorpion, aber... Ja, passt. Wegen Marcel, passt. Monte, Monte, ja. Okay, gut. Das ist eine Kategorie, die verliere ich mit Absicht. Scorpion. Eigentlich ist Scorpion falsch. Digga, mach weg, Digga. Ich kenne die alle nicht. Ich will euch erklären, warum wir das machen müssen, weil sonst schreiben wir das falsch und dann ist einer zu früh fertig und dann muss bestraft werden, wenn man es falsch macht. Weißt du, wisst ihr, was ich meine? Ja, check ich ab. Mach einfach. Gut. Messi, Messi, Messi. Malen. Ja, okay. Stark. Dass wir beide da Messi genommen haben, ist Quatsch. Malwurf, Maus, Muskeltier. Was ist denn ein Muskeltier? Gibt es das? Nein, es gibt die drei Muskeltiere, aber Muskeltier? Gibt es das nicht, Mann? Was würde das denn hier sein? Scheiße, Mann. Wie Muskeltiere. Scheiße. Ja, mach raus, Bro. Mach raus, ich heb die Schere. Okay. Madagaskar, Magic Mike. War klar, dass du aus von Willi kommst? Man. Man in Black. Ja, ist alles fein. Mach. Warte mal. Digga, wird Madagaskar mit K geschrieben? Ey, Digga, das wird... Ist das nicht mit ein N? Digga, das wird mit der Hingeschreibung. Mann in Black. Ey, Jungs, entspannt euch doch mal, Alter. Mach runter, mach runter. Madagaskar auch mit K, Digga. Ey, Jungs, das ist voll Kacke, Digga. Ja, nee, der Film... Nein, stopp mal, stopp mal, stopp mal. Der Film wird mit C geschrieben, aber... Ja, der Film wird mit C geschrieben. Ja, deswegen sag... Wusstest du es, ehrlich? Nein, wusste ich nicht. Okay, ja, aber das stimmt schon. Madagaskar mit C. Passt. Und das ist zum Beispiel eine gute Runde. Das war eine richtig schöne Runde von Cello. Nicht anfechtbar. Dann schreibt das Wort richtig. Okay, dann schreibt es... Halt die Schnauze, weiter jetzt. Dann schreibt das Wort richtig, Bro. Alle fertig markieren? Ja, sag ich, 70 Punkte. Schon mal vorne weg. Das ist so krass, ey. Das ist so krass. 70er Lachs, der ich will. Digger, hatten wir nicht Game auch? Nein. Äh... Äh... Das ist so krass. Das ist so krass. Das ist so krass. Ich bin mir gerade das Geist krank. einfach alle finnland dicker frankfurt frankfurt freiburg finnland 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 fifa weiß ich nicht ist fifa eine marke nein fifa ist keine marke wenn dann verband nein nein fifa ist keine marke ich glaube fifa ist keine marke hier auf gott ist richtig ist fanta coca cola ist fanta die marke ich würde schon sagen weil wenn okay hersteller eigentlich coca cola company ja aber wenn du so gehst dann ist porsche und so auch keine eigene marke weil als deutsche marke eingetragen was denn fanta fifa glaube ich nicht ist fifa eine marke ich würde auch sagen nein ist okay mach runter vier auf gott ist richtig fifa fabio kann sein dass ich ihn falsch geschrieben hat muss ich sagen fifa fabio heißt ja ich glaube ich glaube es ist aber richtig ich habe keine ahnung er nennt ja ich glaube fifa ich weiß dass er sich fifa fabio habe ich immer gut gehabt wenn sein kanal fifa fabio heißt dann ne das ist so nee nee fifa fabio heißt ja ach nix ja wir weg 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 und mach weg figo Ich hab Figo auszusehen, warte. Ja, ist gut. Was ist so? Figo, Verfahren, Fernwand. Viel FIFA. Faultier, Falke, Faultier. Natürlich nimmst du auch Faultier. Final Fantasy, Fantastic Four. Mir ist das reingefallen, Digga. Fantastic Four passt, ne? Ja, die Runde war quatschig. 100. Wo sind die? Ne, wo sind die? Achso. 100, 175. Ah, scheiße. Okay. W, warte. Hm. Ich habe einen kompletten Blackout. Ich kann nicht mehr, Digga. Oh mein Gott, Digga. Frankfurt Spiel gedreht. Wien, Würzburg. Weißrussland, Weißrussland, Weißrussland. Hier zum Beispiel müssen wir Roat 5 Punkte geben. Wir müssen ihm 5 geben. Also Roat am Ende minus 5. Wilson? Ja, es gibt die Marke Wilson. Das ist eine Tennismarke. Wellenstein, das richtig geschrieben? Nein, es ist falsch. Nee, es ist glaube ich falsch. Rasi auch, ja. Ich glaube, Wellenstein ist falsch geschrieben. Wellenstein ist falsch. Doppel, Digga. Ruhren, so ein Spiel! Und Y gibt es da auch noch. Ganz falsch geschrieben. Oh mein Gott. YouTuber-Streamer meine ich nicht mich, sondern diesen, ähm, äh, den Schuhfreak, Willi. Kennt ihr den? Nee. Der macht so, der ist ein Schuhfreak, der hat angefangen mit Schuhsneaker und ist so auch voll tätowiert und so. YouTube oder was? Ich glaube, ja. Also, er ist, also, so hab ich ihn kennengelernt, Willi. Heißt dein Kanal, Willi? Ja, schau mal bitte nach. Oder ich schau nach. Aber ich, das... Ich find, ich find keinen Willi. Ich find keinen Willi. Warte. Schau mal danach. Es gibt einen Willi-Youtuber, aber der macht so Vlogs und so, hat 200k, aber ich glaub nicht, dass du den meinst. Ja, aber, Digga, ich hätt dich da auch einfach, also, der Schuhfreak. Oh, wobei... YouTuber, Streamer... Wolf, W, Korst, Werner, das passt. Wiesel, Wahl, Wahl. What's up, Dad? Ich wollte, wer wird Millionär erst mal schreiben. Wär's richtig gewesen? Bei Serie? Ich weiß nicht. Ich wollte gerade Wolf auf Wall Street schreiben. Ja, dann weg, oder? Ja. Mach mal Wolf auf Wall Street weg. Willi und Vincent heißt der Kanal. Ja, dann passt. Ist okay. Willi. Digga, ich bin ganz alt in Mood, sorry. Okay, sorry. Hallo? Ja, also... Mach mal unten, ja. Wellenstein ist falsch. Mach mal Wellenstein weg bei ihm. YouTuber, Streamer, lass ich durchgehen. Ich hätt sogar dich einfach durchgehen lassen. Okay. Dann nehm ich mich einfach, Hallas. Wolf, Wolf, Velcro, was Werner passt, Wiese, Wahl, Wahl. Wolf auf Wall Street wollte ich gerade schreiben. Also, Willi hat uns gefickt, die Runde. Ja. Hast du, hast du, er hat zweimal 20 Punkte bekommen. Okay, ja. Die erste Runde wird an den gehen. Mach. 90 Punkte gemacht. Ich kann das aus. Melina, das ist eine 1 gegen 1 gegen 1 challenge. Oh mein Gott. Ich glaube, das müssen wir entscheiden. Vielen Dank. Ich bin komplett raus. Das ist halt gut los. Ich bin komplett raus. Ich bin komplett raus. Ich kann sowas nicht. Digga, bei mir knacht es so sehr. Ich habe zwei eingetragen, Jungs. Den Rest weiß ich nicht. Digga. Alter. Ich hab einfach keinen im Kopf Was denn? Was fehlt denn dir? YouTuber-Streamer Digga, was hast du bei Marc?